So, in diesem Video schauen wir uns die zwei Kirchhoffschen Gesetze an, und zwar die Knotenregel und die Maschenregel. Fangen wir mal an mit der Knotenregel. Schauen wir uns dafür diesen Stromkreis hier an und die Knotenregel, die besagt jetzt, dass in einem sogenannten Knotenpunkt, das wäre zum Beispiel dieser Punkt hier, oder dieser Punkt, dass in so einem Punkt folgendes gilt. Die Summe der einlaufenden Ströme ist gleich der Summe der auslaufenden Ströme. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier einen einlaufenden Strom haben, in diese Richtung, nennen wir den mal I1, und diese zwei auslaufenden Ströme, I2 und I3, dann muss folgendes gelten, und zwar muss I1 gleich I2 plus I3 sein. Also die Summe der einlaufenden Ströme, das wäre jetzt bei uns nur I1, ist gleich die Summe der auslaufenden Ströme. Das sollte eigentlich ziemlich intuitiv sein, wir können uns aber trotzdem mal fragen, warum muss das denn gelten? Und zwar hat das was mit der Ladungserhaltung zu tun. In diesem Knotenpunkt kann ja keine Ladung vernichtet oder erzeugt werden. Das heißt, die ganze Ladung, die reinkommt, die muss auch im Endeffekt wieder rauskommen. Das besagt die Knotenregel. Schauen wir uns jetzt die Maschenregel an. Die Maschenregel, die ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas unintuitiver. Und schauen wir uns dafür diesen Stromkreis hier an. Wir haben jetzt im Endeffekt eine Spannungsquelle und drei Widerstände. Und die Maschenregel, die besagt jetzt, dass entlang einer Masche in diesem Stromkreis die Summe der Spannungen Null sein muss. Wir haben in diesem Stromkreis nur eine sogenannte Masche. Das wäre im Endeffekt so eine Stromschleife, wenn sich der Strom entlang so einer Schleife bewegt. Das nennt man eine Masche. Und entlang dieser Masche soll jetzt die Summe der Spannungen Null sein. Also sagen wir mal, die Batterie, die hätte eine Spannung von U0. Am ersten Widerstand fällt jetzt eine Spannung von U1 ab. Am zweiten Widerstand fällt eine Spannung von U2 ab. Am dritten Widerstand eine Spannung von U3. Dann muss die Summe aus diesen Spannungen entlang so einer Schleife Null ergeben. Das heißt, U0 – U1 – U2 – U3 ist gleich Null. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum muss das immer so sein? Warum muss die Summe der Spannungen in so einem Stromkreis immer Null ergeben? So überlegen wir uns mal durch, was würde denn passieren, wenn diese Summe nicht Null ergeben würde, sondern zum Beispiel 2 Volt. Verfolgen wir jetzt mal so eine kleine Ladung, so eine Ladung Q, einmal durch den ganzen Stromkreis. Wenn sie sich einmal durch den Stromkreis bewegt, dann wird sie an dieser Spannungsquelle Energie aufnehmen und diese dann an jedem Widerstand wieder abgeben. Wenn jetzt aber die Summe der Spannungen nicht Null ist, zum Beispiel 2 Volt ist, dann wird am Ende, wenn sie wieder hier angekommen ist, ein bisschen Energie übrig bleiben. Und diese Energie, die wäre dann die Ladung Q, mal dieser Spannung, mal 2 Volt. Und das kann natürlich nicht sein, weil das würde die Energieerhaltung verletzen. Wenn sich diese Ladung, so oft wie man will, durch diesen Stromkreis bewegt, dann kann man eigentlich unendlich Energie rausholen. Und das kann eben nicht sein, das würde die Energieerhaltung verletzen und deswegen muss die Summe der Spannungen immer Null sein. Also so kann man sich diese Maschenregel ziemlich einfach erklären. Diese Maschenregel, die wird vor allem dann extrem nützlich, wenn wir in so einem Stromkreis nicht nur eine Spannungsquelle haben. Sagen wir mal, wir ersetzen diesen Widerstand hier, ersetzen wir diesen Widerstand hier durch eine weitere Spannungsquelle und wir wollen dann irgendwie in diesem Stromkreis auch natürlich die Ströme und die Spannungsabfälle in diesen Widerständen berechnen. Vor allem dann werden wir genau diese Maschenregel brauchen, weil wenn wir mal den Strom so verfolgen, dann wird dieser Strom an dieser Spannungsquelle natürlich wieder Energie aufnehmen. Das heißt, hier haben wir dann eine positive Spannung und mit dieser Maschenregel können wir dann irgendein Gleichungssystem aufstellen, sodass wir dann zum Beispiel den Strom in diesem Stromkreis berechnen werden. Schauen wir uns mal einen etwas komplizierteren Schaltkreis an und überlegen wir uns, wie wir auf diesen Schaltkreis die Knotenregel und die Maschenregel anwenden können. Du siehst schon, wir haben hier drei Spannungsquellen, das heißt, nur mit dem Ohmschen Gesetz würde man hier nicht wirklich weit kommen. Im Endeffekt wird das Ziel sein, die drei Ströme in diesem Stromkreis zu berechnen. Du kannst dir mal selber überlegen, warum es hier in diesem Stromkreis genau drei verschiedene Ströme geben wird. Und zwar einmal diesen Strom, der durch diese Leitung fließt, einmal diesen Strom, der durch diese Leitung fließt und einmal diesen Strom durch diese Leitung. Und jetzt könnten wir zum Beispiel, um diese drei Ströme zu berechnen, die Knotenregel auf diesem Punkt anwenden. Dann würden wir natürlich nur auf so eine Gleichung kommen, das heißt, wir können noch nicht wirklich die Werte von den Strömen ausrechnen, aber wenn wir dann noch die Maschenregel anwenden, auf zum Beispiel diese Masche hier und dann noch auf diese Masche hier, dann kommen wir auf ein Gleichungssystem und dieses Gleichungssystem, das können wir nach diesen drei Strömen auflösen. Und genau diese Rechnung, die werden wir uns dann im nächsten Video Schritt für Schritt anschauen. Also wir wollen genau bei diesem Stromkreis diese drei Ströme berechnen. Denn aus diesen drei Strömen kann man dann im Endeffekt ja alles andere berechnen, zum Beispiel die Spannungsabfälle an diesen Widerständen. Und wie man das genau durchrechnet, das schauen wir uns dann im nächsten Video an.